so liebe minecraft freunde herzlich willkommen zurück zum nächsten part von let's play minecraft infinity ja letztes mal hatten wir hier schön den kapitaser gebaut und hier den fahrstuhl so das heißt wir müssen ja allgemein erst noch rohstoffe haben auch obsidian unter anderem heißt wir müssen ja auch irgendwann mal dias finden damit wir obsidian vernünftig abbauen können weil unsere mit dings ist ja noch nicht mal obsidian abbau fähig nur dia fähig heißt wir müssen mal irgendwann los aber wenn ich es gerade dunkel ist ich schlendere mal so ein bisschen rum vielleicht finden wir ja noch einen enderman den schneiden wir am arsch rum und dann gucken wir ob wir irgendwo noch mal einen enderman nähe finden ah jetzt ist schon wieder tag das schon mal ganz schlecht weil halt unser steuersystem weil wir ja so auch noch spielen das umschaltet ist manchmal ein bisschen nervig weil halt dann so schnell der hell wird aber es reicht um ein paar monster zu spawnen zu lassen man sieht ja unten schon eine spinne und ein skelett aber so ein enderman habe ich noch nicht gesehen aber man könnte ja auch mal loslaufen um zu in eine höhe überzugehen aber ob das jetzt so sinn macht weiß ich nicht ich denke wir werden erst mal loslaufen und in unsere mine mal runtergehen aber vorher nehme ich spitzhacke mit das ist auf jeden fall muss sein auf jeden fall so wo haben wir sie eine eisenspitzhacke doch da ist er genau eisenspitzhacke so die haben wir dann nehmen wir noch noch holz mit und das denke ich war es erstmal so haben wir noch fackeln ist ja auch ganz wichtig nicht in dem ein bisschen davon mit und mammutbau klanken nehmen wir mit da machen wir sofort ein paar stickies raus das sollte es mal erreichen ich weiß mal dass jeder da rein das gedöns kann auch da rein solange es hier noch geht bevor ich unten sterbe so ja sagen wir hier noch ein bisschen essen das ist auch gut noch ein brot genau jetzt gehen wir mal los ich meine wo ist noch mal norden da hieß ja wir müssen in die richtung gehen um in unserem berg weg zu kommen ich weiß es nicht mehr genau wo es runter gehen da war nur da wir laufen einfach mal runter ich glaube es war ich schwimmen müssen auch noch lernen die kuh kommt uns gerade recht die natzen wir mal weg hier die scheren wir mal auch weil genug wolle brauchen wir auf jeden fall für die fahrstühle so wieder auf die karte gucken norden ist links osten da so ich meine da vorne wäre es gewesen wo die weide steht aber vorhin immer diese komische wolle mit von dem schaf mit dem hähnchen oder was er da darstellen soll als kopf nehmen die sind auch noch können wir alles gebrauchen auch mitnehmen was das hier ein block marble einfach so meine luft da auch nicht schlecht komm her du scharf das sieht ganz gut aus das war der baum noch den wir versucht haben zu fällen aber dass da noch einer drin ist deswegen ist er nicht weg weg und unser abgang wo war der wir haben doch hier gewesen oder nicht doch 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 jetzt könnte man jetzt ja auch mal hier mit birkenholz ein bisschen kleinen turm bauen mal eben so weg machen damit ich das ein bisschen besser wieder finde machen wir mal direkt hier so hin einfach hoch damit ich mal weiß dass hier der eingang ist so jetzt gehen wir mal wieder hier runter und fahren leider ein bisschen paar rohstoffe müssen wir auf jeden fall haben wäre cool wenn wir unten irgendwo mal ein bisschen laba und wasser finden ach ich habe mir eigentlich auch ein einmalchen machen können und wasser mitnehmen können falls mal irgendwo laba ist das machen wir später so genau wir gucken ja mal hier durch genau da haben wir oben noch ein bisschen Eisen das nehmen das nehmen wir mit so Eisen können wir mit holz noch abbauen nein können wir nicht machen wir mit Eisen okay so eine scheiße Leserkatze wieso ist die denn da blöde Hexe auch mal in der Nähe gefällt mir gar nicht so um die Ecke zwei freilassen hier und dann buddeln wir uns halt durch Kohle lief über uns schon mal das ist gut aber jetzt könnte ich die holz nehmen eigentlich das mal verballern und schon mal die Eisenspielzacken bisschen schonen dann machen wir ein paar Fackeln noch beziehungsweise alles was wir haben weil ich denke dass das für euch schon zu dunkel ist so für Licht sorgen Kohle mitnehmen das ist ganz schön das ist ganz schön und die Kohle können wir auch gut brauchen ich meine für Fackeln und für Energie auf jeden Fall muss das sein ja wie gesagt wir wollen ja gerne ein bisschen bessere Energie Kapazität haben und so brauchen wir ein bisschen Obsidian auf jeden Fall und halt nachher Cloudstone wir müssen den Näht da rein deswegen brauchen wir auch Obsidian auf jeden Fall und darum buddeln wir hier unten überhaupt rum so dieser Kohle hier ohne Ende Wald so fällt schon ein Kies wieder runter das könnt ihr eigentlich auch mitnehmen wir haben eine schöne Schaufel dabei so weil wir brauchen den Flint ja für die Sekme ich mache mal wieder Licht für euch ich mache mal wieder Licht für euch damit ihr seht dass ich hier Kies habe so ein, zwei, drei und hops gesehen da geht ja einiges ein großes Vorkommen doch aber das gibt es nur für einen Vorteil für uns wir können es gut gebrauchen wir können es gut gebrauchen ja ist etwas sehr 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 langweilig den Kies hier abzubauen aber wenn da hier schon zu viel ist dann nehmen wir das auch mit und Kohle verbirgt sich da auch noch hinter oben haben wir schon Zinn gesehen oder was das war oder Blei ne Silber war das das nehmen wir auch gleich mit so jetzt haben wir aber gleich die Quelle hier weg da so ein bisschen Licht machen und da sind die letzten vier da ist auch ganz gut dass da noch Gold hinterher gekommen ist das nehmen wir auch erstmal mit sehr gut das brauchen wir auch ganz viel auf jeden Fall das ist bald seltener als Dings Yellow Heat können wir auch mitnehmen das brauchen wir später beim Reaktor haben so also irgendwann werde ich auch mit dem Reaktor anschaffen müssen weil man dann halt so viel Energie braucht dass wir dann damit weitermachen müssen gehe ich jetzt noch aus dass man das nicht alles mit Ender AO hinbekommt aber die Kohle hier ist auch ganz nice aber die Kohle ist auch ganz nice muss ich sagen so was ist da oben noch? noch mal Heloid alles mitnehmen was geht so dann helfen wir mal hier hoch da oben noch mal so jetzt haben wir da aber kein Heloid mehr nur noch hier die Kohle die scheint auch noch ein bisschen weiter zu gehen so 1,2,5 ich bin der beste Zähler so wir sind ja schon bald wieder bei der Halbzeit sehe ich gerade so einiges an Kohle hier muss ich ja mal sagen ganz schön viel das wird irgendwie gesagt Überschrift werden auf jeden Fall Kohle ohne Ende ach das ist sogar das Silber was wir unten gesehen haben das ist auch gut hier ist noch eine Kohle hier ist auch noch eine Kohleflözel oder was? ich hoffe nicht ganz so viel ne es ist ein bisschen weniger aber immerhin etwas wird größer haben wir den Anfang erwischt geht jetzt ein bisschen diagonal durch aber ich glaube jetzt ist Ende ja das sieht ganz gut aus Ende so jetzt haben wir fast 2,5 Stacks ach 1,5 Stacks nicht 2,5 so das nehmen wir mit dann gehen wir hier mal runter nehmen wir den normalen eigentlichen Gang nehmen wir unsere normale Kohle hier noch mit das geht voran Kohle sammeln so jetzt haben wir jetzt endlich fertig die Kohle so da war der eigentliche Gang dann müssen wir jetzt hier runter wird der Holzspitzack erstmal voran buddeln und zwar langsam ja wir müssen Obsidian finden ganz wichtig oder ich muss oberirdisch gucken wo wir Lava finden Lava sie finden Wasser finden und müssen uns das dann produzieren das geht ja auch deswegen mal ich höre Lava war schon mal ganz gut dann wird ja irgendwas hier in der Nähe überwalt sein Frage ist nur wo ja noch ein bisschen vorwärts wird die Lava lauter hmmm wird lauter die Lava ich dachte gerade da wäre ein Monster hinter mir ich hoffe wir buddeln uns aber hier durch den Stein weiter Kies lassen wir jetzt erstmal ruhen wir haben erstmal genug Flints war Redstone das ist auch ganz nice ok den Kies müssen wir wegbuddeln ich sehe den auch da hinten so Redstone ist immer gut aber auch mit Gefahr zu tun ach der Kollege Splaceless ist weg der ist runter gegangen warum auch immer ist ja ein Server wo wir mehr spielen ich mache meine Aufnahmen drauf und die spielen einfach nur so for just for fun so haben wir noch ein bisschen davon mitgenommen und wir wollen noch ein bisschen weiter buddeln nämlich hier müsste ja irgendwo Lava sein Monster höre ich auch in der Nähe mal rechts buddeln ok die ist weg hört sich an als wenn er eine Höhle ist ist ja mal gigantisch ja ja Quipa kommt schon mal ne ist ja Wahnsinn nehmen wir uns hier den Stein mit jo was ist das einen Moment bitte ich bin sofort wieder da so da bin ich wieder zurück ich musste kurz unterbrechen einmal ja ähm jetzt muss die Maus noch bewegt werden ja genau geht wieder na wir wollten hier den Monster da war ja was mal eben paar Koppels in der Tasche nehmen ja sind hier ein bisschen zurück gespult worden na um die Ecke rum bist ich ruhig du auch weg so da ein Steinchen setzen ich glaub's jetzt nicht schnell nochmal runter du auch du auch erstmal ein Regen hier erstmal ein Regen hier das ist ja mal ein Wahnsinn was hier ist der Lotus ist so hat mal Wasser hier weg bauen wir uns ja hier hoch ein bisschen und gucken wir uns das ganze von hier an hier hier verschwinde du geh weg ich hau dich mit der Fackel verschwinde so jetzt haben wir hier eine Höhle schonmal das ist schonmal ganz gut hier Wasser und Labe immer kommt her ihr Feiglinge hast du auch noch was für mich? nein nur verrottetes Fleisch ja so wie musste das jetzt das Wasser muss auf die Labe drauf richtig? glaube ich ne ja wenn Labe auf die Wasser kommt ist das die falsche Reihenfolge da heißt wir machen mal hier mal so zu so das weg machen machen hier auch mal ein bisschen zu du vergiss dich was haben wir denn da gekriegt und Zombie Brain mal wieder da oben kommen sie runter so und ein bisschen mal beeilen so das Wasser hier mal weg gemacht damit wir hier das Lava mal ein bisschen weiter kriegen so komm mal hier hin du Lava genau ja das ist ja Koppelkotelwason vielleicht wird jetzt jemand machen aber das wollen wir ja auch nicht machen so das kommt da rein schon das ist schonmal gut aber wir müssen ja eigentlich die Lava ein bisschen mehr nach hier hin fließen lassen dass da mehr entsteht dass da dings entsteht genau so läuft ein bisschen dann setzen wir da mal noch einen hin kommen dann noch mehr da rein ins becken der war falsch gesetzt dann gucken wir mal ob das da weiter fließt nein gestorben runtergefallen versagte tat ja dann müssen wir eben hier mal eben rüber teleportieren die erfahrung haben wir jetzt ein bisschen verloren aber gut dann müssen wir das erst mal ein bisschen schützen mit welchen dann links hier kriegen das ist das wieder so kommt aber wieder die lava von oben das sollte nicht zu sein das ist alles blöd egal das kriegen wir mal rein was haben wir denn sonst noch einen stoff hier drin also ich merke mir das jetzt erst mal hier wie kriegen wir Obsidian jetzt am schnellsten da ist doch wasser da mal zu machen das ist eigentlich so ein Gestöne die ganze Zeit das Wasser muss auf die Lava kommen das Wasser muss von höher runter kommen auf die Lava nicht in die Lava nein das ist schlecht ich will das da irgendwie so rüber bauen dass das Wasser ein bisschen weiter fließt das ist ja wie so ein Darth Vader hier die ganze Zeit soll mal ein bisschen Licht hier wieder reinbringen mhm sieht schon lustig aus ok wir setzen einfach mal ein paar Steinchen davor damit das Wasser noch ein bisschen mehr so fließen kann so so Wasser ich sehe zu dass du da rüber kommst wir brauchen so ein bisschen ich glaub's jetzt nicht Alter Alter nein 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 ey wie schnell verbrennt man denn das gibt's doch gar nicht ey Drecksdinger Satan Ziege ich will jetzt ein Steinchen hier um das zuzukriegen hm so kann ich den denn da reinsetzen ja da kann ich sogar mit zu machen hätte ich jetzt nicht gedacht so können wir jetzt in Ruhe unsere Grabsteinfe mitnehmen mal wieder so das heißt jetzt aber für uns wir gehen jetzt hier erstmal wieder raus komische Geräusche die man hier so hört wir gehen erstmal wieder zurück ich hab da keine Lust drauf nochmal zu sterben jetzt so da hat zwar eine Höhle hinten das heißt wir gehen einfach mal ein bisschen weiter ne wir zählen sofort ab zwei hier hier rein zwei frei hier rein zwei frei da rein zwei frei hier rein zwei frei hier rein zwei da rein da rein hoch da war eine Fackel die haben immer weg gemacht so hier ein weg schon mal ein bisschen frei legen damit man da was mehr sieht dann wäre zwei frei hier zwei frei und hier und warum ist da hell das gehen wir mal auf den Grund ok da warten wir schon mal wir haben hier so weit fortgeschritten hier vorhin gut jetzt haben wir auch keine Spitzhage mehr jetzt müssen wir sowieso wieder heim ja wir haben etwas zwar gefunden aber wir gehen jetzt heim damit unsere Folge auch nicht allzu lang wird ich musste sehr vorhin einmal unterbrechen musste eben zur Tür rennen ähm gut kann passieren ist natürlich ein bisschen blöd aber gut passiert halt was wollen wir machen so wir sind gleich oben und dann gucken wir mal was wir so alles gefarmt haben sehr viel Kohle ein paar Flints ein paar Eisen wie ich sehe schon genug Bruchsteine sowieso brauchen wir aber nicht drüber reden die kann man ja zum Glück nachher komprimieren was ist das ein Tintenfisch mit Örchis so jetzt müssen wir Richtung Westen einfach laufen da wo der Strich ist da sind unsere Todespunkte die müssen wir alle mal löschen irgendwann bisschen Essen dabei die muss auch mal sein auf dem Nachhauseweg nehmen wir wieder ein Schaf mit dahin ist eine Hexe die sollte bloß weg bleiben so hier noch ein Schaf so hier kommt noch eins hallo meine Wolle meine Wolle so dann sind wir ja schon drüben gleich wir nehmen auch hier das Kies mit das Eisenkies müsste es sein ne ja das nehmen wir mit dann haben wir auch das noch wieder als Rohstoff so dann haben wir schnell hochgesprungen ja fehlt uns nur noch ein Enderman nachher der uns noch mal so ein bisschen hilft unser Fahrstuhl zu bauen so da sind wir wieder daheim so dann werden wir das erstmal hier das hier reinwerfen Silber Yellow Reed Gold kann man das Kies eigentlich auch schreddern mal rausnehmen das da ja er hat sich schon eingesammelt genau so dann tun wir da auch noch das normale Kies rein damit wir Flints rauskriegen die können wir auch schon dabei packen hier können wir mal 64 Kohle reinpacken damit er was zu tun hat jo dann haben wir da nur noch Müll so zu sagen oder viele Müll Lapislazuli ist immer gut ja hier haben wir auch schon ein bisschen wieder an Eisen und Pulver das schmeißen wir hier rein machen wir es hier unten damit es weg kommt ja dann sage ich jetzt mal wir machen Part Ende wir sehen uns bis dahin und ciao tschau 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 tschau